Mit 19 Jahren bringt Lena bereits ihr zweites Album raus und kann auch schon auf eine bemerkenswerte Schauspiel-Karriere zurückblicken. Im Interview spricht sie über die Tücken des Geschäfts und verrät, warum sie niemals einen solchen Weg wie Milly Cyrus gehen könnte. Durch ihre Rolle als Bibi Bluxberg in der Filmreihe Bibi und Tina ist Lena Larissa Strahl als 14-Jährige zu einem gefeierten Nachwuchs-Star geworden. Doch ihr Herz schlägt heute viel mehr für die Musik. Mit Ego bringt die mittlerweile 19-Jährige am heutigen Freitag ihr zweites Album auf den Markt. Im Interview sagt sie, warum sie Vergleiche mit Milly Cyrus unangebracht findet, wie schwer es ihr manchmal fällt, Vorbild für junge Mädchen zu sein, und warum sie Berlin grausam findet. Das neue Album Ego von Lena können Sie sich hier bestellen?